so äh temperatur also du kannst halt einfach von dir selbst oder von der außentemperatur? Außentemperatur gibt es ja 20 grad aber ich weiß nicht was passiert wenn wir müssen noch so eine barrikade bauen vielleicht noch so spikes aber wir haben jetzt hier äh sag ich mal begonnen mehr oder weniger genau das erinnert mich auch an 7 days genau könnte man gleich machen aber wir sind beim letzten mal drin gewesen im haus und die rennen das ein die machen das kaputt gar keine chance noch und zu viele das hat mich aber wirklich an 7 days erinnert das ganze und das will ich auch mal wieder probiere nachdem ich alpha 10.4 geliebt habe ich tue die batterie zum essen rein so lecker batterie essen nee das hat uns das erste das hat uns eigentlich immer so überrascht das ganze wir wussten nicht dass es kommt wir wussten dass irgendwas passiert beim siebten tag aber ich wusste wir wusste nicht wie dich das auswirkt beim vierzehnten tag haben wir es gewusst und haben sind da ins haus sein und haben versucht da irgendwie zu überleben aber wir haben das haus so berant dann haben wir das ausgebauten wollte und über die karte bauen aber dazu sind wir nicht gekommen jetzt ja irgendwo bestehen das haus werden noch mehr natürlich gehen aber ja es ist ja nicht so schlimm da reißen die zombies ja auch die türen ein so willst du schlafen ja sekunde obwohl er hat mich noch einen einen klumpen herstellen hier noch mit skille musst du das dauert wie dann bewegen kunst man sich nicht die frage ist wenn man das auf englisch stellt ob dann die übersetzung für das herstellen vernünftig ist deiner seite der ich weiß nicht das chinesisch ja das würde ich auch gemessen was was es dann das steht aber du lernst halt einfach bei dem bei dem schmelzen lernst du halt einfach metallurgie bist du auf deutsch oder englisch herratus im münd alleine ab und so findet man heutzutage kommen also ich spiele gerne spielen also ich habe jetzt wieder mit survival angefangen ich rotiere momentan zwischen suns of forest jetzt dem hier und ikarus und ich werde noch mal in 7 days to die line schauen und bei jedem game haben wir zum glück dedicated server das feiere ich immer kann man da können einfach leute darauf schon mitspielen jederzeit und das endgame des jahres hoffe ich dass arc 2 kommt und das kommt dann ist alle egal erst mal habe ich jetzt so ein bogen gebaut nicht oder doch habe ich den gebaut zu starken bogen ja dann habe ich nur noch nicht jetzt geholt weil es sich lohnt so ich mache einfach auf 12 und fällig die weckt uns eh auf gleich da kommt nie was in japanisch an der seite rechts wenn es gilt also und das das meine ich meine wir voll ist gar nicht soweit noch super du musst noch mal hinlegen dann glaube ich wacht die sofort wieder auf ich muss das trinken egal du bist doch bestimmt so recht so schlafen noch mal dann wacht sie glaube ich gleich auf egal ist egal was du machst mache 12 oder so warst du gleich wieder auf habe ich schon alleine probiert geht immer nur so eine halbe stunde jetzt spult vor zurück vor zurück total seltsam ok schau mal was da kommt wir müssen gleich warte müssen dann warten bis es vorbei ist da können wir looten warte noch nichts jetzt dann können wir spawnen da können wir so voll schnell loot weil die spawnen ja gleich die sind ja eigentlich ach so wir sind gar nicht beim haus doch 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 oder sind sogar noch welche oder die laufen noch die fügel hoch oder ja ich kann hier kann die lüten komm 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 du machst du machst du machst du machst du hast seit luken 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 stoff 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 pass pass die könnte man natürlich jetzt schon das schafft man natürlich aber noch nie dass sie noch da waren hatte irgendwann kriegen wir da schon hin dass wir das da ja damit dann mit der maschinengewehr reinholzen aber das ist erstmal die aktuelle taktik was willst du machen die lautstärke auch keine rolle mehr ich habe das standard gelassen oh da ist ein wolf vorsicht 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 scheiße scheiße der ist da wo unsere sachen sind da hinten ja ich habe nichts an nichts da an was war denn jetzt mein kreuz ich hatte ja das ist genau falsch rum kommt ich hatte doch die bügel ist genau falsch und technik ich hab dein ja ja ich weiß wunderbar ich habe dick messer und kurschen trägt ich lege das mal alles ab hier ich habe so viele wasserflaschen das kann ich gar nicht alles ablegen ich habe das alles in den rucksack schmeiß einfach auf dem boden oder nicht ja ist ja so viel schmeiß einfach den rucksack ach so ich habe gar keinen rucksack hä ich habe gar keinen rucksack mehr ja eben den habe ich ja den gebe ich jetzt warte hast du zwei rucksäcke ach du hattest gar keinen rucksack an ach so jetzt komme ich erst mit ich schmeiß mir die sachen hier auf den boden da deine spitzhack hast du auch gehabt oder was steinfall hast du das alles gehabt oder wie hier ja so und äh jetzt das hier ähm guck mal jetzt sind die sachen die und wo ist der zweite bügel und die ganzen sachen messer und so habe ich alles hingelegt oder sind verstehe nicht hier ist noch ein kreuz von dir vielleicht vielleicht ist es da drin wie ist denn der stoff ich habe noch ich habe messer gehabt bei dem zweiten bogen gehabt ach den habe ich noch warte ich lege ihn hier hinten den habe ich unten in dem inventar die sachen genau das ganze inventar unten fehlt mir halt messer ist verschwunden hier ist der berührung hier ist der superhammer ja stimmt mein ganzes werkzeug messer gibt es nicht mehr messer habe ich hier geworfen ich dachte das ist deins dann war das doch meins oder was ich habe gerade ein messer am boden geworfen das ist weg das macht nichts das war eh fast kaputt okay da sortiere ich mal wieder ein ich habe halt jetzt vier stoff bloß von denen ich dachte ich hätte mehr stoff sortiere ich mal hier wieder ein sollte es eine welle mit sieben pro spieler normalerweise sein also hätten es jetzt 14 sein 14 sein weil es jetzt mehr als mehr als 14 oder keine Ahnung das sah mehr nach 14 aus hast du nicht irgendwie wie hast du mit 25 oder so eingestellt also das kann man ja sehen ne ja also es können maximal 50 zombies glaube ich sein auf dem ding auf einem punkt habe ich also standard einstellung maximal 50 am stück wo ist mein auksack hin mein auksack ist verschwunden kann ich verschwinden oder? doch ist weg einfach weg ich bin aus der kiste raus auf den boden legen wollen das mit dem boden legen ist genau wie es ein messer hat oder? ja mit dem ganzen Inhalt oder was? ja ja das ist wild ja dann was müssen wir dir herstellen? wo? ne den hatte ich noch nicht rausgenommen ich weiß nicht mehr was da alles drin war also ich laufe jetzt also ich gehe zumindest dann bald los oder wir ich habe einfach zwei Bögen und habe Pfeile halt ganz viele also mehr brauchen wir ja nicht erstmal und trinken Bögen Pfeile trinken würde ich halt mitnehmen ja das vom Boden schmeißen ist ja gefährlich irgendwie ich habe gemerkt ich gehe mal noch ein paar Stöcke holen zum Feuer machen zum Feuer machen für mich ist das auch also ich meine ich spiele einiges Survival Games habe ich ein paar aufgezählt aber für mich ist das auch das erste Mal mit diesem Art von Inventar dann Third Person das Desi Ding kann man ja vergleichen so ein bisschen so von der Sicht habe ich auch noch nicht gezockt ach so ne ich wollte eigentlich das Ding aufhängen aber dass das Wasser Ding da eigentlich geklappt hat bei mir nicht verstehe ich nicht ok ich glaube ich gehe mal kurz Pfeile oder dass hier brennt echt gibt es eine Taste ich dachte man muss vielleicht Foff einfach so machen ich meine es ist ja nicht schlecht man gewöhnt sich ja schon aber es ist für mich ja das erste Mal ich habe es immer noch First Person ich finde es also ich habe ja eigentlich je nach ich kann auch keine Shooter spielen weil dann kriege ich Game Sickness aber bei so Survival Spielen geht es eigentlich Shooter ist halt dann sowas wie keine Ahnung Quake CSUT und so ein Scheiß das kann ich ja nicht spielen oder sowas aber das bei Survival Game geht es komischerweise und da kommt mir eigentlich Third Person entgegen theoretisch kommt mir eigentlich entgegen das ist halt ungewohnt ich wollte ja auch WW spiele das ist ja auch Third Person aber das ist irgendwie ganz anders ja ja dann müssen wir jetzt mal ich brauche auf jeden Fall einen Rucksack holen wir uns holen wir dir gibt es genug in einem Ding No one survived ähm First Person ein neues Seven Days to Die Fragezeichen ich habe die Jungs gefragt mit dem Jägerer Spiel Tau meinte heute nicht Bifatum nicht geantwortet und Two Mobs auch noch nicht das weiß ich äh noch nicht Dorsten vielleicht bleibe ich auch jetzt bei dem kann sein das gar nicht oder äh später weiß ich nicht genau wenn Jensen kommt vielleicht Seven Sons of Forest wenn Technik bleibt dann hier weiter so je nachdem und jetzt gehen wir dann auf Reisen und holen mir einen Militärrucksack und Technik einen großen Rucksack hast du denn Pfeile? ne dann stell dir welche her hopp ja warte ich brauche ähm ganz gern ähm eine Trinkflasche herstellen oder zwei kann man die herstellen? ach die Feldflasche ja hopp ich muss halt dafür Aluminiumwaren bauen und ich brauche bei dem Brennmaterial oh das dauert ja ewig dann kommen wir gar nicht mehr los ja das ist halt also das ist halt das ist halt so Was für mich bei dem Game neu ist, technisch dieses Mikro-Management. Es ist so ein bisschen wie so RTS-Spiele von früher. Sehr viel Mikro-Management. Ja, so im Vergleich zu Arc Icarus oder so ist es schon mehr Mikro-Management. Das so hin tun, dann da hinschieben, dann da sortieren, dann gucken und machen, was ich eigentlich gut finde. Ist okay. Dann da warten an dem Teil, dass es fertig wird. Wild. Rumpfummelei hast du ja eigentlich immer, aber hier ist es schon anders. Mal schauen, wegen der Feldflasche hier hast du ja gesagt, das braucht man denn da. So, was muss ich denn da? Aber mach bitte jetzt nicht die Aluminiumklumpen weg, die brauche ich jetzt für den Waren. Ja, jetzt entspann dir mal, Digga, was ist denn hier mit dir? Ja, den brauchst du, um das zu skillen, deswegen sage ich das. Ey, warte, Digga. Alles gut. Ich habe ja Maschinenbau auch auf drei. Könnte ich ja auch machen. Ich habe ja fünf Maschinenbau sogar. Warum auch immer. So. Ich schaue nur, ob ich das machen könnte. Ja, könnte ich machen. Geht es dann unten weiter. Kraftstoffgenerator. Oh, es gibt doch sowas. Wer hat vorhin gefragt? Anscheinend kannst du doch anbauen. Lol, Gewächshaus gibt es. Und was ich auch gesehen habe, es gibt Tiergehege. Erstmal, wenn ich hier in den Technologiebaum bin, finde ich etwas anderes. Vielleicht kann man da Tiere dann zähmen, schlachten und rammeln lassen. Das ist da unten. Geht doch nicht. Ist doch nicht so schlimm. Man könnte ja theoretisch sogar vor einfach kleiner machen. Hast du ja first person. Ich kann ja mal kurz testen, aber dann siehst du ja nichts mehr. Hier, vor 110, vor 45. Oh ne, der Char ist halt immer noch da. Manchmal tut der Char mich schon am Ziel hindern, finde ich. Du kack. Machen wir mal ganz hoch. 130. Jo. Okay, das ist ja krass. Ein bisschen weiter rausgesoomt wäre noch geil. Boah. Fischauge. Okay. Ich glaube, das ist übertrieben, oder? 110 war... Machen wir mal 115, dass wir vielleicht 5 mehr machen. 110 war ja nochmal schlecht. Hotel war hier. Ich würde jetzt für die schon mal losgehen. Ich muss hier nicht warten. Nee, kannst ruhig machen. Das dauert ja... Das dauert eine halbe Stunde. Ja. Ich müsste halt auch zeitgleich das machen. Um zu skillen. Ich gehe mal los hier. Ich habe schöne Speckstreifen in der Tasche und ein bisschen Pfeile. Action. Und eine Mini mehr bräuchte ich. Ich habe ganz viel Ärzte geholt. Wir können wirklich viel schmelzen. So. Dorstig ist mein Schar. War? Dann trinken wir nochmal einen Schluck. Richtig machst du jetzt wieder ohne da sauberes Wasser trinken. Ich habe nicht volle Gesundheit. Fällt mir auch. Warum auch immer. Okay. Jetzt geht's los hier. Zieh in den Krieg. I'm ready. So, ich kann dir eh keinen Rucksack holen. Weil Rucksack in den Rucksack geht ja nicht. Ach, scheiße. Jetzt hätte ich da einen geholt. Das musst du selber machen. Ja, geil. Hat's denn geschmeckt hier, Thorsten? Du hast da geschrieben, hat. Sonst hätte ich noch gesagt, Mahlzeit. Sonst hätte ich noch gesagt, Mahlzeit. Hast du wieder gespawnt hier? Nee, die Bärmetauscher. Dosenfleisch. Oh ja, okay, geil. Zigarette. Erstmal gönnen hier. Wenn ich schon echt nicht rauche, rauche ich im Spiel. Irgendwie muss ich ja auch mal der Sucht nachgehen. Der Sucht liegt nicht ab. Passt ja. Noch nicht. Ja, Zeitwitz. Ich habe Mais auch gegrillt. Das wird ganz normal zu irgendwelchen Gemüse mehr. Nicht gleich Gemüse, als wenn ich Pilzgrille. Auch nicht schade. Ich habe Mais mit Wasser getan. Ich dachte, ich kriege so ein... Es gibt doch dieses gekochtes Mais. Das habe ich als Kind immer gegessen. Lang nicht mehr. Und ich dachte, ich kriege das irgendwie raus. Ja, ich wollte gerade Milchreis sagen, aber Milch haben wir noch nicht gefunden. Nee. Milch gibt es nicht. Meistens ist das immer zwei Teile Wasser plus Ansuppe, können ich... Ach, ja, okay. Bei, ähm... Bei dem anderen geht ja gar nicht zwei Wasser, okay. Weil ich habe ja dann... Ich habe Pilz, Kräuter und Wasser. Da muss ich mir echt mal zwei Wasser tun und... Und Mais. Nee, jetzt habe ich noch eins. Da, wo ich vorher war, waren ganz viele Bücher. Ich habe dann alles mögliche gelernt, aber mein Schar wollte da nicht mehr. Was habe ich jetzt? Zigarette. Kurze Hose habe ich hier. Und Lederschuhe. Was habe ich denn an für Hose? Guck mal. Ah, falsche Taste. Ich habe eine Bombo-Hose an. Hallo, Voodoo, du Zombie. 1845. Na, du Läppchen, was ist los? Baseball-Jacke. Voodoo ist aber ganz schön laut. Ja, der kommt immerhin und reinschreit. Ja, das ist so. Die Drecksau. Alter, bin ich immer noch so leid? Nein, du bist total leise. Jetzt, jetzt, jetzt. Sag, 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 sag. 20 Verteidigung, 55 Kälte, Widerstand. Ganz festig Kälte. Ein bisschen besser ist die Jacke. Sag mal, Gax, verpiss dich, Alter. Du musst letztlich zum Raid. Nee, heute nicht. Ich denke, Sonntag ist Raid. Haben alles Mittwoch gemacht und heute ist nirgends mit Twink, habe ich dann abgesagt. Habe ich dann nichts, mache ich nicht. Ach, jetzt sag mal, oh, noch ab, na. Haben wir wohl so viel. Ich habe keine Twinks, ich Twink dir nicht. Ich spiele nur noch mit deinem Main. Nein, der hat hier nur 50.000 Mains, oder was? Habe ich nicht. Ich spiele nur noch einen Charm. Ja, was ist denn mit den Charmi? Das spiel ich schon lange nicht mehr. Alter, du warst so begeistert von den Charmi. Ja, bis ich dich da mitspielen habe sehen. Komisch, ich spiele den Charmi total falsch. Also du kannst es ja nur noch besser machen. Nee. Nix da. Bolo, hast du schon vorher World of Warcraft gezockt, oder hat Gax sich erst süchtig gemacht und lässt sich jetzt im Stich? Ja, Gax hat mich dazu gebracht. Der sagt doch, hier, guck dir das mal an. Nee. Stimmt doch gar nicht, der hat schon früher gespielt, glaube ihm nichts. Der hat schon früher gespielt. Glaub den Gax nicht, Alter. Der nimmt zu viele Tabletten. Tabletten, ja. Ich habe einen Militärrucksack gefunden. Ich bin gleich fertig mit meiner Feldflasche. Du musst dann noch meine Feldflasche herstellen. Da muss ich erst einmal einen Aluminiumwaren herstellen. Habe ich so ein scheiß Board, oder warum kann ich das im Board nicht unterwolken? Warum muss ich das bei Software machen? Weißt du nicht, was du hast? Hast du das X-Modell? Oder B-Modell? X geht, kann man umtanken. Ja, B ist immer scheiße, kannst du nichts machen. Ist immer kacke. Aber kannst du nicht im BIOS unterwolken? Anderwolken? Ja, ich finde keine Anleitung. Sämtliche Anleitung, die sind, äh, diese Option habe ich nicht. Oder das sind fremde Mainboards, zum Beispiel MSI, komplett andere Einstellungen. Und deswegen, äh, ja, ich finde es nicht. Hä? Geh doch in Spios rein und geh auf CPU-Einstellungen und tu da umstellen. Ja, ich will in der Schweiz umstellen. Ich habe gestern auch irgendwas umgestellt, noch wie mal gegen den Rechner nicht mehr. Du musst die Spios komplett resetzen. Du doch einfach minus 20 Millilowolt und schau, ob es noch geht. Ja, aber wo denn? Also wenn du kein X-Modell hast, glaube ich nicht, weiß nicht, ob es geht bei den B-Modell. Da müsste aber andere Wolken immer gehen. Natürlich, die anderen, wenn ich da Tore jetzt angucke, die haben zwar B5. Ach so, der 5800X3D, vielleicht ist der gelockt. Der ist doch nicht gelockt. Ja, weil du hast ja diesen L3-Cache, der ist Cache auf Cache und das wird sehr, sehr heiß. Die haben drunter getaktet und haben einiges gelockt bei anderen Wolken, weiß ich nicht. Da musst du gucken. Es gibt genug Anleitungen über den 3D, den ich habe. Also ich habe Techni, weiß nicht, ob du euch das zeigen willst. Ich habe den Rucksack hier drin gelassen. Ja, ich komme da jetzt hin. In den Fernseher mitgebracht. Einen schönen großen Rucksack hier. Und Pfeiler. Per Software funktioniert es ja. Ja, dann mach das doch. Ich mache es auch per Software. Ja, aber wenn es ja per Software funktioniert, muss es ja auch per BIOS gehen. Aber ich finde Designschellung. Einmal Profis. Gehst du das neu anfangen wegen Update mit dem 70er Bauschutz und 70er Händler und Spawnzone? Wegen dem Update. Echt? 0039? Hat dich irgendwas kaputt gemacht oder was? Ich hatte ja auch erst damit angefangen. Ich habe Server geupdated von 38 auf 39 und habe dann erst angefangen. Okay. Das ist doof. Warst du schon sehr weit? Der hat es ja fast durchgespielt. So. Ne, ich habe halt... So, dann gucken wir uns doch mal, was der Gax hier so schönes rausgesucht hat für einen Comics-Fiel. Also, der Bruder hat dann schon früher gespielt ganz viel, ja? Dann ist, glaube ich, wieder zurückgekommen. Nachdem ich auch wieder zurückgekommen bin. Und ich habe halt mit Donnerstag und Sonntag Raid, aber wir haben diesmal alles am Donnerstag schon gemacht. Deswegen machen die heute irgendwas mit Twings und da habe ich ja keine. Ach, das Spiel hat doch der Dicke gespielt. 70 Meter um Händler und Spawnzone kann man nicht bauen. Daher konnte ich an der Base nicht weitermachen. Kochabauen hat doch der Dicke mal gespielt. Ach, du hattest neben einem Händler gebaut und die haben... Ach, die haben Speer... Also, okay, Baustopp gemacht neben einem Händler. Jetzt verstehe ich erst. Ja, warum baust du neben dem Händler? Was soll denn das? Frechdachs? Frechdachs? Ja, an der Quelle bauen, ne? Jetzt habe ich dich. Waschmaschinen hier. Miete, kannst du mal aufhören, deinen Schwanz zu lecken? Was? Ne, wo... Ne, da, wo ich... Ne, hab da... Ich gespielt... Da war Singleplayer... Achso... Das war zufällig da in der Nähe. Ich bin am Scheißhaus, voll lecker. Da gibt's Salbe, kann man sich einspüren, die Popperze. Ja, jetzt willst du uns aushelfen kommen? Ne. Wir gehen dann gleich weg. Alter, ich bin froh, dass ich jetzt... ...erst wieder Donnerstag heran muss. Entspann, äh, spann, äh, spann mich hier. Lass mich doch jetzt mal entspannen hier. Mensch, 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 Mensch. Ja, Miete, schmeckt meine Marmeladenstulle, hm? Aber schön aufessen. Winddichter Mantel. Ach, das ist schon was hier, es gibt. Kannst du dir nicht vorstellen. 22. So, Herathos. Ich geh jetzt. Tut mir leid, aber ich muss jetzt mal rüber, dann das andere Team speak. Echt zum Erlös, sagst du? Juhu. Dann viel Spaß und guten Loot hier. Seid wir jetzt? Pistol, Schalldämpfer, Maschinenpistol, Scharfe, Leute, ist alles? Komm mit. Hier scheinen sehr viele böse Zombies unten zu sein, wenn Don... ...machen oder haben sie nicht gesehen hier? Militärrucksack noch... Yes! Geiles, hab ich zwei! Aber es verraten am Tächtig nicht dir. Bleiben Sie dran, es geht spannend weiter, ich zähle auf sie. Ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Ja, hast du bekommen? Ja. Das ist ein Zufall. Deinen Rucksack hab ich auch hier noch gefunden. Einfache Teile ist aber schon auch krass, was für einen Mats du brauchst. Drei Barren. Die sind unter dir. Noch ein Militärrucksack. Unter dir sind jede Menge Zombies. Vier Stück, fünf Stück. Echt? Baumwollhose und Turnschuhe. Mengen oder was? Riederschuhe 12, 1, 10. 20, 1, 3. Kältewiderstand. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Turnschuhe schnell. Beste. Gleich getauscht. Da kann man besser laufen. Baumwollhose. Habe ich eh schon an. Oh, das ist sogar eine mit anderen Werten. Ja, die Baumwollhosen, die haben glaube ich einen besseren, die halten besser warm, aber sind dafür nicht kratzfest. Ich habe aber zwei verschiedene Baumwollhosen, komischerweise. Was? Ja, das ist wahrscheinlich einfach eine lange Unterhose. Und eine andere. Das fängt ja langsam an, wie ein Echt zu werden bei dir. Weil es noch eine Zigarette ist. Ich glaube, ich muss Zigaretten, muss ich dir geben. Du bist ja nicht so einer. Ich rauche nicht mehr. Ich habe Zeitschriften und Zigaretten. Das brauche ich mal zum Lernen. Ich brauche jetzt mal was zum Lernen hier. Ich muss jetzt das andere Haus reingeben. Da konnte ich so viele Zeitschriften nicht mitnehmen. Boah, sind da viele. Ich sehe jetzt gerade, die springen ja so komisch hoch. Lol. Wie gesagt, ich dachte, du musst sie von außen schießen, mir helfen. Ich muss erst mal Pfeile jetzt sammeln. Ich habe doch keinen Platz gehabt. Handschuhe. Achso, ich habe gar keine an. Nee. Kann ich diese Lampe da nicht hin tun? Da habe ich gar keine Handschuhe an. Warte doch. Nee. Geh doch da hin. Was ist denn mit Jens? Der hat gestern wahrscheinlich zu viel Bier getrunken, oder? Das kann sein. Er hat gefragt, ob ich böse bin, falls wir nicht mehr Suns zocken gestern. Er sagt, nee, ich bin eh müde. Ich bin ja schon zwölf Stunden aktiv. Mal weiter morgen machen, meint der. Ja, wenn der kommt, dann wechseln wir. Also dann gehe ich raus. Ja, du machst das, wenn du kannst und fertig nicht mehr kannst, gehst du halt. Wenn du jetzt die nächsten zwölf Stunden kannst, dann machen wir zwei Stunden. Wenn du jetzt eine Stunde, dann machen wir eine Stunde. Machst du einfach. Ich habe gelernt, warten lohnt sich nicht. Egal auf was oder wen. Nie. So. Einfach positive Lebenserfahrung gemacht. Da kannst du auch nicht enttäuscht sein, ne? Genau. Und ich habe mir die heute gar nicht mehr gerechnet. Ich habe gehofft, du kommst nicht wieder bis da. Und ich bin... Ich stehe jetzt nochmal da, was soll ich machen? Ja. Was ist das? Ist doch schön so. Ist doch schön so. Ich habe mich hingelegt, bin sofort eingeschlafen. Geil. Das ist richtig ins Koma gefallen, ne? Ja. Ich glaube, eine Stunde, eineinhalb, was du schon denkst. Ich bin nicht so lange vorgekommen, weil ich habe hier viel, viel rumgebastelt. Wenn ich jetzt hier unten bin, kommen die natürlich mir nach. Ich wollte ja nicht ins andere Haus, wo ich vorher war. Das war in der Höhe vom Brunnen. Das muss da hinten gewesen sein, dann. Verlieren die denn einen noch gar nicht mehr oder was? Und jetzt lauf hier. Das war ein Haus mit mehreren Stockwerken. Das kann es da gegenüber gewesen sein. Nicht jemand hier. Schönes Wetter, aber da hat eigentlich null Auswirkungen. Deswegen ist das Wetter, habe ich schon vorher gesagt, fand ich in Icarus am besten. Du kannst langsam mal laufen, bist du bei Starkmärter, kannst du gar nicht mehr gehen. Die Häuser gehen langsam kaputt, es bröckelt alles. Ja. Das ist gigantisch. Genau in dem Haus war ich, denn hier ist alles schon offen. Lass doch hier mich in Ruhe. Kommt ihr zur Tür rein? Schon wieder freischalten? Achso, Brechtstange habe ich nicht mehr. Oh, die Brechtstange habe ich nicht mehr. Stimmt, da habe ich ja... Oh, hier ist ein Dietrich direkt. Brechtstange musst du nur draufklicken, das geht auf. Ohne was zu machen. Hast du das mit dem Dietrich schon mal gemacht? Nee. Das ist ja wie in Dead Dying Light 2. Nee, wie bei Skyrim oder bei GTA, ist glaube ich auch so. Nee, ich habe es jetzt... Das war doch aber da... Okay, ich habe es noch nicht geschafft. Egal. Nee, ich habe es nicht geschafft, das erste Mal. Ich brauche noch einen. Da liegen eh viele rum. Irgendwie... Kannst du sogar sterben, sagst du das? Das möchte ich nicht. Ich kann nichts mehr machen, seitdem ich das gemacht habe. Ich kann nichts mehr aufsammeln. Nichts mehr. Ich spiele Backgrad. Geht nichts mehr. Kurz aufstehen. Wechseln. Ich kann auch keine Waffen. Nichts mehr wechseln. Dem ich im Dietrich... Anscheinend bin ich noch in der Tür drin, aber nicht. Okay, ich habe zu die Locken. Hier ist sie normal. Ich bin aus dem Spiel raus, wie der lag da wieder rein. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Ich auch. Der Dietrich hat alles gerippt, gerade sagst du. Ich hatte den Dietrich benutzen, seitdem konnte ich nichts mehr machen. Muss ich neu laden. Ja, Spiele, ich schaue gleich nochmal. Ich kann hier kurz wieder starten. Ich kann hier nicht mehr... Ich kann hier nicht mehr... Wir müssen hier bauen und machen und tun und Häuser plündern. Unnet connection failed, failed, failed. So, zack. Ich kann hier nochmal neu starten. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche Warnungsarbeiten oder so haben. Start. Wer weiß, ob der Hauptserver geht. Error Target Interface ist not registered. Ich bin gerade vom Server geflogen. Ja, aber komisch, dass das gerade dann passiert, wenn ich einen Dietrich mache. Irgendwas hat er ausgelöst, das Ganze. Mir sagt er... Oh Gott, ist aus dem Game hier raus. Error Target Interface is not registered. Interface UE source one shot. Ein Fehler im Start des Servers. Warning, no path for game location. Wer spezifiziert in the game configuration folder. Hä? Ist gerade alles gecrasht oder was? Guck mal hier. Start. Saved. Config. Aber war so ein Zufall, gell? Mit diesem Ding, Dietrich. Auf einmal ging es da nicht mehr. Ist alles normal hier. Ist alles normal hier, jo. Ist der Main Server zum Connect nicht mehr da oder was? Start. Stetigen, stetigen. Login Gaxi V, sagte mir. Login Steam ID, Gaxi V. Load Map Check, Teleport zum Gebiet. Jo. Da bin ich wieder. Mehr Spielerspiel. Oh, ich bin beim Militärrucksack hier. Okay. Ich bin gar nicht da, wo ich war, muss ich sagen. Ich bin wieder mit einem Haus hier. Was hatte ich da noch nicht gefunden? Achso. Zombie-Action hier. Mit hier, Etzro hier. No one survived. Obwohl hier, ne? Was habe ich heute geschrieben mit Titel? Irgendwas habe ich da geschrieben mit Wortwitz gemacht hier. Begeistert hier. Wie bist du jetzt schnell wieder da hingekommen? Ja, weil ich hier war? Bin gespawnt hier? Ich bin an der Base gespawnt. Naja, zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, noch an der Base. Als ich gesagt habe, hey, ich habe den Militärrucksack gefunden. Hast du gesagt, ja, ich komme gleich. Ich mache nur noch irgendwas fertig. Ach, tatsächlich. Ja, richtig. Ich habe auch keinen Rucksack. Ja, 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 ja. Ich schätze mal, dass man das jetzt zurückgesetzt hat. Die paar Minuten. Ey, so ein Schmarrn. So ein Schmarrn, oder? Auf einmal. Ich habe nicht mal die Trinkflasche. Wie tausche ich jetzt nochmal? Da, so. Zack. Oh. So. Bisschen looten hier wieder. Ich glaube, der Loot wird sogar generiert, während du hier das aufmachst. SP jagt dich vorher auch schon. Braucht man eine zweite Zigarette, sonst geht es nicht weiter hier. Also bin ich schon spielsüchtig hier. Wanderrucksack, minus 20. Wanderrucksack? Ist der noch größer? Wo stehen denn die Ziele? Ja, jetzt hörnest du aus. Ist wieder alles hier raus. Okay. Ist ja gut, Zombies. Entspannt euch mal. Okay, warte. Ich bin ganz oben und kann nochmal zwei, drei Felder, glaube ich, scrollen. Und jetzt nehme ich das hier. Yo, ich glaube, das ist schon mehr, oder? Warte mal. Dieses, schau mal. Das Weiße hier ist so. Ja, guck mal. Guck mal. Loot, guck mal, wenn ich es tausche. Schau mal, das Weiße hier. Oha. Jetzt kann ich wandern gehen. Geil. Und auch nur um 20 langsamer. Cool, jetzt können wir looten hier. Das Ding ist halt, die haben ja auch eine Haltbarkeit. Wenn du viel im Rucksack hast, das Ding geht kaputt und dann... Scheiße, du kannst keinen zweiten Ding als Reserve irgendwie nehmen. Okay, die ist halt wieder despawned. Hand und ich mal die Lampe, wollte ich. Okay, die Lampe habe ich auch nicht mehr. So. Ah, meine Zeitschrift habe ich wieder. Geil. Schön. Mein Schmuddelheft habe ich wieder. Also, ohne das hätte ich gar nicht mehr leben können. Hier ist eh nichts, glaube ich. Hier war nur... Die Salbe. Po-Po-Po-Creme. Hier war Po-Creme. Ich will meine Sportschuhe haben. Stimmt, Sportschuhe brauche ich dann wieder. Winddichter Mantel. Aber es ist schon so gut, was halt auch dahin gehört. Ne? Also, das ist schon gut. In der Küche ist halt Essen. Im Schrank sind halt Sachen zum Anziehen. Das ist schon interessant. Ich habe vorhin eine... so eine Art Aktenschrank gefunden, wo ganz viele so Ordner drin waren. Und da waren auch diese Sachen zum Lernen drin. Das ist schon logisch. Militärrucksack. Kleiner Rucksack. Heile. Erstmal wandern gehen hier. Noch ein Militärrucksack. Ja, aber Rucksack geben. Militärrucksack gibt es eine Menge. Also da... Da werden wir genug. Brauchen wir lose Tornschuhe. Ich habe meine Tornschuhe wieder ausgerüstet. Ja, das Slot ist doch scheiße. Ich glaube, es schon was hat. Was witzig war, ich habe... Als ich das hier mit dem DirectX 11 ausprobiert habe, ein Singleplayer-Game gestartet, habe mich in so einen Supermarkt reingekämpft und war dann hinten in dem Raum vom Supermarkt drin, habe da alles gelootet, habe dann ausgelockt, was anderes gemacht. Und als ich später wieder eingeloggt habe, war die Tür verschlossen. Eieieiei. Richtig reingekommen bin. Das ist ja doof. Ja. Aber man kann die Türen ja kaputt machen. Aber ich habe erst mal gedacht, ja. Ach so, kann man? Passend. Passend. Ach so, okay. Oh, zweite Zigarette und wieder Alohol dabei. Jawohl. Ich hatte mehr Alohol. Nochmal Rucksack. Ey, wie viele Rucksäcke sind jetzt hier? Handschuhe ausrüsten. Geil, schöne weiße Tornschuhe habe ich an der Technik. Ja, schön. Damit du jetzt durch den Wald läufst. Wenn du die spruzig machst, ne? Ne, mache ich nicht mehr. Du musst mich abholen und auf Händen tragen. Einer muss ja. Komm, mach zu die Tür. Das mit Dietrich mache ich aber nicht mehr. Also ich mache jetzt nicht noch mal die gleiche Aktion wie vorher. Wer weiß, wer weiß. Ist da dann lang. Also ich gehe trotzdem den Weg wieder entlang hier. Ich habe so den fetten Rucksack am Rücken hier. Ach komm, wenn die eh hier auf mir drauf sind, kann ich mal kurz laufen. Geht schneller. Töne Kriche, scheiße. Scheiße. Komme ich hier weg ohne, oder was? Ja, ist ja gut. Entspann dich mal da. Ich mache doch gar nichts. Nicht sie. Der Mr. Zombie hier. Achso. Also eigentlich der Wut. Der macht aber... Ich weiß gar nicht, was für... Ich kann gerade nicht... Scheiße, irgendwas für... Mann! Wichser, ey. One-Shot! Irgendwas für ein Zyklus, der speichert. Kann man nicht einstellen. Auf einmal kam so ein Typ auf mich gelaufen, ne? So ein Fetti. Fetti? So ein Fetti. Loll, okay. Ich habe mich getroffen. Niemals. Wie viel denn noch? Alter. Lautes Gewitter hier. Ja. Hä? Was ist denn mit der Hitbox auf einmal bei dem? Das war jetzt sehr strange. Vorher ist es aber nicht die Wege, Team. Wir haben... Wir haben durch den Neustart ein... Also ein Paralleles... Also ein Universum erschaffen. Das ist mal ein Multiversum. Ich kenn's ja. Ja. Parallelweit. Ich muss hier mal Ruhe lassen. Ich muss hier meine Geschäfte im Bad machen, mein Freund. Mal grauen, es ist meine Hände trocken. Es wird nass draußen. Du kannst mal noch Aluminium besorgen. Wie? Gehen wir dann gleich zusammen dahin, oder? Wir müssen ans Bergwerk. Ausgrabengestätte da. Also hier ist ja nichts hier. Da gibt's nur sowas. Können wir mal zusammen liegen. Ich muss erst mal mir einen Rucksack besorgen. Mach das, mach das. Ich bin ja eh noch am Plündern am Schauen. Alles gut. Ach, das macht das. Meister der Waffen. Versteht das immer noch nicht. Wieso nicht? Bist du Depp oder was? Da müssen wir ja zu diesem Bergbaugebiet hin. Medizin 3. Versteht auch nicht. Da ist es wahrscheinlich auch anders. Das Ganze liegt ganz viel Erz rum. Ich hab direkt das Erz gelootet. Da liegt einfach so rum. Maschinenbau 3. Ich hab das ja schon, Brian. Ich hab Maschinenbau 5. Weißt du nicht? Vielleicht gibt's das auch so. Das war's für die Lebensmittel, ey. Spielt's jetzt oder was? Stoff. Wärmetauscher, schon wieder. Hast du denn deinen Rollator schon? War immer die wichtige Frage. Oder hast du denn bisher in 1. Mittwoch? Das ist nur... Mittwoch. Mittwoch. Also zu so einem Sanitätshaus hin und dann Rezept abgegeben beantragt. Dauert halt. Muss jetzt erstmal die Krankenkassen alles gehen. Suchen, da genehmigen. Schriftverkehr. Bestätigen nochmal. Blablub. Das dauert noch. Ich hab gefragt, mit ihrer Expertise in diesem geilen Sanitätshaus. Wie lange, glauben Sie, dauert das? Ja, die müssten erstmal den Lager forsten, ob sie so einen haben, den ich ja brauche. Dann müssen die ihn hin und her schicken nach Deutschland. Dann müssen die zu denen. Dann müssen die ihn dann wieder aufbinden und dann erst. Du brauchst ja einen Triple XL aus den USA wahrscheinlich importiert. Hoffe ich doch. Also, es ist ja auch das Gewicht, klar, aber es geht ja auch um die Größe. Äh, scheiße, es geht auch um Zombies hier. Warte. Ich kann nicht. Ich sehe nichts. Es geht um die Größe, weil ich an 1,95 bin und dann passt auch mir keine Standardkrücken. Und das ist ja echt nicht sowas. Wenn ihr circa acht einfache Bauteile über habt, baut euch, wenn den Handwagen. Aber wie zieht man den? Wir haben so einen zu Hause gebaut. Wir können den nicht steuern. Wegen Loot und Stecken und so, gell? Oder gerne Loot halt. Vielleicht kannst du uns den Führerschein dafür beibringen. Mit F einstellen und dann schieben. Ja, technisch. Wieso hast du das nicht selbst herausgefunden? Wie mit F einstellen? Weißt du, ne? Mal probieren. Müsst du mal schauen. Wir haben ihn nur so komisch vor uns her geschoben. So ganz doof. Okay, ich hab... Soll ich noch mit Müsik probieren? Ist das wieder Abstütz? Also ich hab's ja gestern auch gemacht eigentlich. Ich dürfte das gerne... Jaja, aber bei mir ist er ja abgebrochen. Vielleicht hat dieses Ereignis... Das Spiel hat gedacht, wie kann man nur so dumm sein? Hat dieses Ereignis anscheinend nicht geglaubt. Ist mir aber auch passiert. Achso. Okay. Ich dachte, du hast es sofort geschafft. Nee, beim Ersten hast du auch einen Abbruch. Aber es gibt halt hier... Türen, die sind... Ähm... Verschlossen. Ja, viele. Okay, ich büße es nochmal. Schwierigkeit 1. Entsperren. Okay, dann ist das links anscheinend. Weiter hoch. Ja. Runter. Warte mal. Geht ein bisschen höher. Es gewicht sich nicht. Ist offen. Ah, geht. Alles gut. Zumindest jetzt. Oh! Toll, es ist ja nichts drin. Irgendein kleines Kinderzimmer. Okay. Wild, wild. Ich will den... Ich will den Aktenschrank halt finden. Deswegen laden hier so viele Dieter... So viele Dieter rum hier. Hier ist auch noch... Das ist eine F. Offen. Ja, geht. Hat funktioniert bis jetzt zweimal. Aber dann kein Loot hier. Schon wieder. Kleiderstrang. Ja, scheiße. Ich... Ich dachte in der Aktenschrank finde ich irgendwann. Noch ein Rucksack hier. Wahnsinn. Werkzeugkasten. Nehme ich mal mit. Sonst gibt es hier nichts. Schon ein größeres... Das tolle ist... Ich war hier ganz oben. Da schaut es geil aus. Das tolle ist, du kannst ja wirklich das alles bauen. Also das, was du hier siehst, kannst du glaube ich alles bauen. Ich gehe mal da hoch. Ich finde, das schaut geil hier oben aus. Das sieht richtig schick aus hier. Schon oben hier so ein Dachboden. Und Spiegel ist auch da. Krass. Uiuiui. Schau mal, was die Anno Engine kann mit dem Spiegel. Also die Anno Engine, sage ich mal, die 5er... Die ist fortschrittlich. Beste. Und dann kann man dann Taschen so reinpacken und die Anzahl damit künstlich erweitern. Boah. Hey, Heldathos ist ein Genie. Krass. Das müssen wir mal probieren mit diesem Handwang. Aber ich habe den gar nicht mehr gesehen. Hast du den zerlegt oder irgendwo hingekommen? Die Zombies haben den, glaube ich, zerstört. Die Wichser? Ja, ja, ja. Okay. Ich nehme mich zu meinem Inventar so groß, dass ich habe. So sortiere ich gar nicht mehr. Kochband 5. Boah. Boah.